So, und jetzt mal Butter bei die Fischköppe. Ihr seid das einzige Kloster in ganz Deutschland, das keine Nachwuchssorgen hat. Wie kann das denn? Könnt ihr nicht zählen oder gibt ihr denen Geld, dass die nicht abhauen? Habt ihr doch einen Trick auf Lager oder wie läuft das hier eigentlich, Bruder Petrus? Nun, Bruder Horst, das läuft hier eigentlich ganz natürlich. Durch Zellteilung. Bruder Petrus, kommst du? Ich warte schon. Ich eile schon. Alles zur Ehre Gottes. Je t'aime. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017